Hey! Ich muss kurz mal da einbrechen. Winnie ruft an. Aha! Mein Name ist Jeff. Jetzt haben wir es. Also, Brechstange! Winnie ruft schon wieder an. Was soll denn der jetzt? Ich sollte ins letzte Haus da hinten einbrechen. Einfach so. Mache ich der Locki? Okay! Ich breche jetzt mal eben in das Haus da hinten ein. Guck mal. Sound kaputt machen. Standardmäßig. Linke Maustaste. Mach ich dir. Mhm. Mhm. Wahnsinn. Kann ich ja nicht drüber springen? Winnie, komm schon. Ne, halt. Ich heiße Herbert. Auf C kann man schleichen. Guck mal. Ich schleiche gerade. Sei nicht so laut. Ja, was habe ich jetzt von der ganzen... Ah. Auf einmal geht das hier komplett easy. Der Zaun ist halt auch hart. Guck mal. Das ist Zement. Aber der hier... Bretter. Vorsicht bei mir. Oh, oh. Spannend. Du... Ach Gott. Hallo, Madame. Sollen wir vielleicht warten, bis sie sich... Bis sie was macht? Hallo. Ganz schön realistisch. Am Fenster vorbeischleichen. Oh fuck. Ich bin nicht da. Ne, 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 ne. Meide das Licht. Okay. Hallo da. Öh. So, Licht und Sichtbarkeit. Ja, kann ich mir schon denken. Oh, um Gottes Willen. Lavinie. So, Fenster einschlagen. Das wird er doch hören. Der eine pennt doch direkt. Schlösser knacken. Komm mal. Geht nicht. Mit E klettern. Okay. Gottes Willen, Alter. Winnie. Ich werde jetzt so reich hier, ne. Ich werde so krass reich. Aber man kann jetzt hier auch nicht irgendwie Sachen zerfissen dürfen. Hm. Was? Hä, warum kann ich denn die Toilette kaputt machen, aber den Rest nicht? Oh. Okay, gut. Das war irgendwie vorauszusehen. Ah. Wir sammeln einen Reichtum an. Und ein Stück Seife wäre was für den Anfang. Aber so ein bisschen was Größeres. Guck mal hier. Ah, die neuen Jordans. Diebestrick. Von unten anfangen. Ah. Danke. So, und dann kannst du nämlich oben einfach alles so lassen. Boom. Trick von mir an euch, ja. Aber nicht das wahre Leben. Halt auf. Teekessel. Nice. Ah, geil. Überall liegt Geld rum. Topf. So hattest du Larve. Boah. Eine Pfanne. Nice. Toaster. Ja. Winnie, Alter, ich muss noch Geld heben. Warte mal. Ich kann nicht laufen. Time to bail, man. So. Wo ist unser Auto? Ah, da vorne. Also, eigentlich bin ich ja jetzt ein normaler Bürger. Ich habe jetzt ja nichts gemacht. Ich laufe hier nur draußen rum, mache eine Taschenlampe an und aus und gehe ins Auto. Das ist komischerweise hier parkt. So, dann rein mit uns. Zack. Okay. Aber wohin fahre ich jetzt? Ach, guck mal. Da hinten blinkt es. Da hinten. Ganz da hinten. Da muss ich über die Bundesstraße fahren. Ach Gott. Die entdecken mich. Direkt. Guck mal, da hinten. Wo die hinfahren wollen. Weit, weit weg. Alter. Guck mal, wie sexy hier aussehen. Boah. Hier ist mein... Ah. Winnie. Good job, man. Ich soll schlafen gehen, sagt er. Na klar. Ich gehe jetzt erstmal ausrauben hier. Juwelierwerkstatt. Begutachtungsstufe 2. Kann ich hier was begutachten, um besser zu werden? Hier die Dartscheibe. Guck mal. Kann ich an den Computer gehen? Ajo. 5000... Wo ist... Ich muss mehr klauen. Kann ich meinen Scheiß verkaufen? Berichtsteine kostet 30 Dollar. Alter. Ah, da, guck mal. Da steht es doch. Bin ich dumm? Verkaufen. Bumm. Warte mal, warte mal. Ich habe doch noch einen Toaster, habe ich gehabt. Elektronik. 93 Dollar. Das läuft. Ich höre mal Dietrich. Soll ich mir direkt Dietrich holen? Oder so ein einfacher Do-it-yourself-Dietrich? Guck mal. Na, den hole ich mir. Okay. Da muss ich also erstmal... Ähm... Knacken. Warum habe ich meine Brille eigentlich im Lager auf? Komplett bescheuert. Ich bin doch gar nicht im Einbruch. Winnie. Alter. Ich stehe auf. Winnie ruft mich an. Das ist meine Frau. Ich habe mich zwar eben schon eingelebt, aber egal. Wahnsinnig. Äh... Sicherheitstipps für das Haus. Es ist einfach den beschädigten Zaun hinter dem Haus kaputt zu machen. Das weiß ich mittlerweile. Mögliches Versteck für Beute. Der alte Fernseher ist ein bisschen was wert. Waren wir da jetzt eben drin? Alter, wir müssen den Fernseher holen. Ersatzschlüssel in der Schublade. Ja, nice. Was? Das Haus steht die ganze Zeit leer. Ah ja. Guten Morgen, Frau Nachbarin. Was machen wir überhaupt noch? 109. Ich komm. Oh mein Gott! Oh, guck mal da. Winifred. Mach mal auf. Sau kalt hier draußen. Guten Abend. Wie sieht's hier aus? Ähm... So einen Kompressor würde ich nehmen. Toaster. Ich wusste es doch. Okay, das könnte ich brauchen. Nimm den Scheiß, Mann. Psst. Warte, fuck. Weg. Oh Gott. Okay. Cool bleiben. Rampe, Alter. Wamm! Oh ja. Oh, was? Scheiße. Wie hoch sind die Reparaturkosten bei einem Menschen, den ich überfahre? Schon, oder? Also schon. Warte mal, wo ist denn das? Ah, dahin. So! Guck mal, ich fahre hier in die Ecke rein. Das wird der Hammer. Das wird keine Sau sehen. Ich stehe schön unentdeckt. Zack. Aussteigen. Guck mal, das blickt doch keiner, oder? Alle denken, okay, der ist wieder zu Hause. Ein Versteck. Guck mal. Alter, im Müll. Komm, es gibt bessere Verstecke. Ich zeig euch mal eins. Pass mal auf. So. Okay, gut. Also wir müssen den Zaun kaputt... Ist der eigentlich schon Tag? Alter, es ist Tag, ne? Aber... Sch, 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 sch. Das merkt man trotzdem keiner. Oh, die brechst du raus. Batsch. Oh, da ist er. Batsch. Alter, hab ich den jetzt einfach unterm Arm. Meine Herren, wie auffällig. Ich lass ihn noch kurz da liegen. Warte mal, ich muss noch mehr Geld. Was ist denn das eigentlich? Speichern, oder was? Das ist ein Versteck. Ach so. Jawohl, ne Pfanne, ne Tasse, Ketchup, Gabel, noch ne Pfanne, Toaster. Wieder... Wieder drei Dollar gemacht. Alter, Baleri. Aha. Ah ja, der Fernseher... Halt! Warum kann man Toiletten kaputt machen? Was denn hier ist das? Blut? Ah. Pisse. Ich hoffe, das sieht jetzt keiner. Ich stehe doch gar nicht mal so günstig, glaube ich. Ich bin einfach nur irgendjemand, der halt nen Fernseher in sein Auto macht. Aber jetzt Rappzabber da Rappapp. Ja, ich meine, ich kenn mich aus. Vergiss nicht, die unvergebenen Fähigkeitspunkte im Skilltab einzusetzen. Was? Oh, Winnie, Alter. Ich wollte mich grad aufleveln. Elektronik. Ah. Das waren einfach benötigte Dinge, die benötigt wurden. Seid ihr was? Bumm. Hier, ihr könnt ihr ein bisschen extra travail finden. Ich pute einen hier gerade für dich. Der das mit den Schraben. Beimartierfamilier fähig. Bis zum nächsten Mal.